Norddeutscher Rundfunk Ja, warte mal! Da, oder? Wir könnten jetzt warten. Wir könnten jetzt warten. Die ganze Welt ist himmelblau, wenn ich in deine Augen schaue, und ich triege auf der Angst an Sie. Freik, 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 freik. Das tut mir leid, Pocahontas! Ja, natürlich, aber guck mal, wie der jetzt schiefe nach vorne tut. Ist das auch die Cola? Ja, das soll ich am nettesten an der Kopf, dass wir die Blasen jetzt schon verteilen. Nein, das ist die Mechic Cola. Und denk nicht schlecht von mir, das wär nicht recht von mir. Verzeih mich, und sei wieder wohl. Ich bin ja... Das hab ich auch gesagt. Warum haben die eigentlich unser Ding, äh, unser Zeug genommen? War Julian inkompetentisch. Also halt... Das war's. Nur 40 сделал. ich weiß es nicht知er... das war so oft. Warum bin ich nicht sicher? Das war so, ich binanda. War heute. 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 Was ist denn nicht Kohle, aber was sonst? Kohle? Ja, in diesem Grund... Ich denke, Alter, das sagt nicht mehr so was. Mein eigenes Papa. Die Familie hat die Süße. Nein! Ja, ich denke, in Bayern ist es gerade Sommer. Ami, willst du noch was davon haben? Ich habe zu viel Hunger, ich will sie rein. Die Frage ist, ob ich das nicht hinlöst oder schmeiße ich. Irgendwie abends erhitzen und dann zu sein. Die Frage ist, ob ich das nicht hinlöst, ob ich das nicht hinlöst, ob ich das nicht hinlöst habe. All I do is say, oh Lord, that last long day, she said goodbye. Well, Lord, I thought I would cry. Die Augen meines Vaters, die sind so fest mich nie mehr gehen. Die kann ich jemals von dir lassen und dein Gesicht nicht vor mir sehen. Mehr auf, mehr auf zu dir. Die Augen meines Vaters, die sind nicht hinlöst, ob ich das nicht hinlöst, ob ich das nicht hinlöst habe. Die Augen meines Vaters, die sind nicht hinlöst, ob ich das nicht hinlöst, ob ich das nicht hinlöst habe.